Unser Team, der Look. Team Deutschland und die Paralympische Mannschaft haben die Outfits für die Winterspiele in Pyeongchang vorgestellt. 99 Tage vor Olympiabeginn sorgte die Vernissage in Düsseldorf für Begeisterung bei Sportlern und Funktionären. Wer das Mix an Athleten und an Bekleidungsstücken gesehen hat jetzt auf der Bühne, der kann nur zum positiven Urteil kommen. Wobei ich immer sage, das eine ist die Optik, mindestens so wichtig, zumindest aus Sicht des Präsidenten, ist die Funktionalität. Denn was wären die schönsten Bekleidungsstücke, wenn sie dann im winterlichen Einsatz nicht die Form von Schutz und Sicherheit bringen. Und auch Funktionalität im Wettkampf. Aber da war und ist auf Adidas Verlass. Als ich hier reinkam und die Location gesehen habe, war ich sehr begeistert. Das ist, denke ich, eine sehr, sehr tolle Kulisse, um so eine Kollektion vorzustellen. Die Bilder an sich, die Shootings waren toll, die Bilder sind großartig geworden. Von dem her freue ich mich sehr, das jetzt alles eben mal so zu sehen. Und ja, tolle Sache. Ich glaube, dass alle ganz happy waren. Die Athleten fühlen sich wohl mit der Kollektion. Alle haben sich gefreut, hier tatsächlich das erste Mal in der Kollektion auch zu stehen. Und ja, jetzt beginnt, glaube ich, die Aufregung so richtig auf Olympia. Das ist sowieso immer so ein ganz besonderer Moment, weil das dann in einem so, ja, die Frühlingsgefühle, sag ich mal, weckt. Dass man so langsam dabei ist und dass es so Richtung Olympia geht. Das Ziel eines jeden Athleten. Schon jetzt fiebern alle Athleten der Eröffnungsfeier in Südkorea entgegen. Im urbanen Style wird die deutsche Mannschaft sicher die Blicke auf sich ziehen. Und bei der Jagd nach Medaillen in jedem Fall eine gute Figur abgeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.